Was geht ab, meine kleinen Schädchen? Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD Edition. Und ich bin der Hardy und ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alter, schon wieder ein Silberner Rubin. Fick dich doch. Ein Ritterwappen, ey. So eine Scheiße. Tja. Ja, ich weiß, dass ihr die kleinen Sträuche seid. Scheiße, ey. Bam, Junge, da hab ich jetzt. Ja, behalten. Boah, wenn das jetzt nicht reicht, weil der Kopf von diesem kleinen Pissbelag da drauf ist, dann raste ich aber richtig aus, das sag ich euch. Nein, das ist doch nicht das Wahre. Es tut mir leid, aber die Aufgabe war's. Nein! Ich sag ja, dass es daran nicht, diese kleinen verfickten Sträuche, ey. Wir rennen dir vor das Motiv. Genau deswegen sind die nämlich auch da, diese kleinen Pissviecher. Na komm, hau mich. Oh, ich hab meine Waffe verloren, Mami. Ich hab denen schon reichlich viel Freude. Was, ein schmeriger Typ. Der hat bestimmt ein Toupet auf, ey. Und jetzt. Wuuu. Lol. Hupsala. Hupsala. Ja. Ein Schmetterling mit Raketenarschanschrieb. Ohne Spaß. Ich mein, wie geil ist dieser Blick denn? Oh. Das war nicht so geil. Hammer. Ja, Mann. Wie geil ist das denn? Yeah. Das ist doch mal ein geiles Andenken. Wohl, der haut immer direkt zu jetzt ohne Spaß. Willst du mich jetzt verarschen? Ich sterb doch hier nicht im Easy Mode, Alter. Ey, wieso fall ich denn immer runter? So eine Scheiße. Meine. Ja. Nein. Och, Mann. Boah. Nein. 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 Ich bin Zineser. Ich muss mir helfen. Mach schnell. Bitte mach schnell. Boah, geh mich auf den Sack, Junge. Ja, schön drin sitzen bleiben. Ja, so ist brav. So ist brav. Nein. Nein. Och, Mann. Ich war schon so nah dran. Tag, ich bin in euer Ausgriffshaft hier. Ausgriffshaft? Aushilfskraft. Boah, ich muss da. Das macht doch bestimmt irgendeinen Sinn, dass ich hier hochklettern kann, oder? Ah, ich weiß es. So nämlich, Freunde, ja? Haha. Gut, das reicht für den. Ja, Lichtbild behalten. Ach, jetzt geh wieder raus hier. Verdammte Hacke mit diesen verfickten Knöpfen hier, ey. Mann, dieser Pro-Controller ist teilweise so behindert gemacht, einfach nur. Sehr gut. Als neue Rangwissen nehme ich sogar noch unter mir. Hurra, jetzt muss ich jetzt mal das ganze Satz der Deck schrubben. Hehehe, was ein Bongo, ey. Haha. Wat ein Spacken, ey. Und den dort schlummernden Schlatz. Schl- Zu bergen. Schlatz. Null. Alter, what the fuck. Ein Bombe. Wegstecken. Ah, nicht ablegen. Null. Hahaha. Okay. Interessant. Jetzt gib mir das scheiß Schild. Ich krieg das Schild nicht. Verdammte Hacke. Egal. Weißt du was? Wir brauchen keine Schilde. Schilde sind was für Pussys. Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es da nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Pah, die Rede hättest du dir sparen können, denn das hätte ich sowieso vor. Ja, ja, am Arsch hättest du das vorgehabt. Und, äh, ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen mit mir. Ich freue mich, wenn ihr morgen um 17.30 Uhr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Zelda, Hardy, Miau! Ja! Der Hardy einfach geil ist.